Sie galt als eines der größten Talente des Sports. Die Motocross-Fahrerin Gabriela Valentini hat trotz ihrer jungen 17 Jahre immer wieder an Meisterschaften teilgenommen. Doch eines dieser Rennen wurde ihr nun zum Verhängnis. Sie trat am 5. März bei der Parana State Velocross Championship in Brasilien an. Doch es kam zu einem tragischen Unfall. Valentini verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Deren Zeitschrift The Sun zufolge haben Zuschauer gesehen, wie das Motorrad in Schlingern geriet. Kurz darauf fiel die junge Frau nach vorne über den Lenker und wurde schließlich von ihrer Maschine getroffen. Ein Ärzteteam vor Ort versuchte noch, sie zu retten, entschied sich dann aber dafür, sie in ein nahegelegenes Krankenhaus einzuliefern. Dort erlag Valentini ihren schweren Verletzungen. Der Verband Parana State Motorcycling Federation erklärte in einem Statement, Die Organisation drückt durch ihren Präsidenten Gilberto Rosa in diesem Moment des Verlustes und Schmerzes ihre Solidarität mit Familie, Freunden und Bewunderern aus. Angesichts dieser Tragödie stellen wir uns zur Verfügung, um mit allem zu helfen, was in unseren Möglichkeiten liegt. Möge Gott die Herzen aller trösten. Die Herzen aller trösten. Die Herzen aller trösten.